Und einmal daneben, geradeaus, bitte. Hier daneben. So, der Nächste, bitte. So ist schön. Einmal bei Ihnen. Einmal jetzt hier. Das war gut. Anschau, du auch. Wir müssen beide machen. Und jetzt schauen. Super. Wenn man so einen Zeichnreckfilm synchronisiert. Es ist natürlich eine mehr oder minder normale Synchronisationsarbeit. Wo man genauso auf sogenannte Labialverschlüsse achten muss. Sprich, wo sich die Lippen schließen. Bei B, M und solchen Buchstaben. Und da muss man natürlich extrem darauf achten, dass der Text dann direkt drauf passt. Und für mich war die besondere Herausforderung, Und da ich ja die Hörbücher Captain Sharky normalerweise den Captain spreche, was ich damals von Dirk Bach übernommen habe, nachdem der sehr überraschend und viel zu früh verstorben ist, war es für mich eine Aufgabe, eine Stimme zu finden, die möglichst weit weg von dem ist, was dem Captain Sharky auf den Hörbüchern ausmacht. Und das war auf Dauer etwas anstrengend. Für die Stimmbänder, wie man sich vorstellen kann. Natürlich. Axel Prall ist heute so glatt rasiert. Ja. Weswegen? Es stehen Dreharbeiten. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ihr habt jetzt den Film gesprochen, die Rollen da heute. Ja. Wo habt ihr das gedreht? Wo habt ihr das gemacht? Bei mir war das in Berlin, in einem Studio. Und das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, weil es war ganz ruhig war. Und man konnte sich auf jeden Fall sehr gut konzentrieren. Ich habe das hier in München gemacht. Und es war ziemlich entspannt. Das Studio war sehr schön und es hat sehr viel Spaß gemacht. Macht Spaß sowas? Ja. Was macht ihr sonst so? Ich schauspiele da noch und so als Hobbys tanze ich noch und Zeichensäte. Das heißt, jetzt im Moment bist du gar nicht gesehen. Du wirst ja nur gehört. Ja, erst mal nur gehört. Aber bald kommt ein Tatort mit mir drin nächstes Frühjahr. Frank-Tat. Ja, ich gehe noch zur Schule und spiele sonst noch Fußball und spiele auch Theater in Dresden und spiele auch ein paar Filme mit. Ja, wir haben Captain Sharky vor fast 15 Jahren entwickelt. Und es war für uns ganz wichtig, dass wir von vornherein so eine Charakter-Marke entwickeln. Also wir haben von vornherein an Merchandising-Produkte gedacht. Aber der Ursprung war das Bilderbuch. Captain Sharky, ja, ein 32-seitiges Bilderbuch illustriert von Silvio Neuendorf. Die Geschichte stammt von Götter Langreuther, die letztendlich auch die Idee zu der Figur hatte. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie kann diese Figur aussehen. Hatten ganz tolle Entwürfe von Silvio Neuendorf und was Sharky so bekannt und einzigartig macht. Das ist einfach dieser lange rote Mantel, dieses ein bisschen Napoleon-artige. Und dadurch hat er eine ganz hohe Wiedererkennung und eine hohe Attraktivität bei den Kindern. Er ist eine starke Identifikationsfigur, weil er durchaus auch Schwäche zeigen kann. Aber wo nötig auch zeigt, dass er selbstbewusst ist und gegen die schlimmsten Feinde, wie zum Beispiel den alten Will, ja, auch anstehen kann, trotz seiner kleinen Größe. Und so ist er dann innerhalb der letzten 15 Jahre wirklich zum Liebling der Kinder geworden. Und ein ganz wichtiger Charakter, glaube ich, der in vielen Kinderzimmern auch nicht fehlen durfte. Und davon gibt es jetzt mittlerweile schon einige Exemplare. Mittlerweile gibt es über zehn Bücher, die auch sehr erfolgreich sind. Also immer ganz oben in den Bestsellerlisten der Wilder-Buchartikel, der Wilder-Bücher stehen. Und ja, wir freuen uns über jedes weitere Buch. Das nächste erscheint auch im Januar schon wieder. Und das ist jetzt. Ja, ein Kinofilm-Lieb ist natürlich ganz großartig.